Wir haben ein Lied vorbereitet und kommen im Unterricht gern mit Klavierbegleitung von einer Viertelsterin, von dem Franziska. Okay? Vielleicht geht's schon los. Unsere Erde hat Probleme, es ist allerbüste Zeit, in was du tust, tust, tust. Unsere Erde hat Probleme, es ist Zeit, etwas zu tun. Schau, die Kohle, wie sie schmelzen, es wird wärmer, es wird wärmer jedes Jahr, ja, ja. Schau, die Kohle, wie sie schmelzen, es wird wärmer, das ist wahr. Schau, die Erde, voll wie Plastik, und die Fische, sie verschluckeln unseren Dreck, Dreck, Dreck. Schau, die Erde, voll wie Plastik, dieser ganze Dreck muss weg. Unsere Erde hat Probleme, es ist allerbüste Zeit, in was du tust, tust, tust. Unsere Erde hat Probleme, es ist Zeit, etwas zu tun. Schau, die Kohle, wie sie schmelzen, es wird wärmer, es wird wärmer jedes Jahr, ja, ja. Schau, die Kohle, wie sie schmelzen, es wird wärmer, das ist wahr. Schau, die Kohle, wie sie schmelzen, es wird wärmer, das ist wahr.